Ein Abschied, der einige Fragen aufwirft. Julia Grosch stirbt, Torsten Falke bleibt allein zurück. Aber warum hört die Schauspielerin Franziska Weists auf? Der Bundespolizist Torsten Falke, Wotan Wilke Möhring, 56, wird in Zukunft alleine auf Verbrecherjagd gehen. Der Neujahrs-Tatort, was bleibt, war der letzte Auftritt von Ermittlerin Julia Grosch, auch bekannt als Schauspielerin Franziska Weists, 43. Am Ende ihres 13. Einsatzes stirbt sie den tragischen Filmtod. Sie hinterlässt somit eine Lücke, die laut dem zuständigen NDR vorerst nicht gefüllt werden wird. Die Entscheidung wurde bereits im September bekannt gegeben. Warum Weists nicht mehr Teil des Falke, Tatorts sein wird, wurde dabei nicht erklärt. In einem Interview mit der Bild äußerte sich die Österreicherin jedoch über ihr überraschendes Ausscheiden, ohne jedoch ins Detail zu gehen. Es gibt immer Gründe, Dinge zu tun oder nicht zu tun, bei allen Beteiligten. Es war für sie als Wahlberlinerin eine spannende Erfahrung, dem Hamburger Otatort ein weibliches Gesicht zu geben, so Weists. Nun ist die Bandbreite in meinem Beruf groß und meine Spielfreude und Lust auf Vielseitigkeit noch größer, sagt Weists. Sie freue sich nun auf andere Projekte, und weil sich die Welt in den vergangenen Jahren sehr verändert hat, habe ich tatsächlich sehr große Lust auf Komödie. Sie bedankt sich bei allen Tatort-Fans. Ihr seid toll. Der Fiction-Chef des Norddeutschen Rundfunks, Christian Granderath, bemerkte lediglich, Weists habe den NDR tatortend einen ganz unverwechselbaren Charakter gegeben. Er bedankte sich für die 13 Fälle in sieben Jahren, die Rolle habe eine spannende Entwicklung durchlaufen, sei nun aber auserzählt. Franziska Weists übernahm im Jahr 2015 die Rolle der Tatort-Kommissarin an der Seite von Wotan Wilke Möhring. Dies geschah nach dem Ausscheiden von Petra Schmidtschaller, 43. Sie hatte die Vorgängerin von Grosch, Katharina Lorenz, in den ersten sechs Folgen des Tatorts in Norddeutschland gespielt. Möhrings Rolle des wortkargen und milchtrinkenden Ermittlers Falke wurde im Jahr 2013 mit dem Film Feuerteufel eingeführt. Bisher wurden 18 Episoden ausgestrahlt.